Am Mittwoch lohnt es sich, den bunten Pullover und den farbenfrohen Regenschirm aus dem Schrank zu holen, um dem trüben Wetter etwas entgegenzusetzen. Das RTF1-Wetter wird Ihnen präsentiert von Möhn, Ihr Sonnen- und Wetterschutzpartner aus Dettingen-Erms. Möhn macht Freude! Bereits am Mittwochmorgen findet sich eine dicke Wolkendecke am Himmel. Gegen Mittag fallen dazu noch ein paar Regentropfen vom Himmel und es wird windig. Auch der Abend wird wolkig und regnerisch. Die Temperaturen bewegen sich im Tagesverlauf zwischen 13 und 17 Grad. Am Donnerstag bleibt der Himmel ebenfalls mit Wolken bedeckt und es gibt ein paar Regenschauer. Das Thermometer zeigt Werte zwischen 11 und 17 Grad an. Auch am Freitag gibt es Regenschauer, Wolken und Temperaturen von bis zu 22 Grad. Die Sonne schaut am Samstag ab und an mal hinter der Wolkendecke hervor. Dennoch wird es bei Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad frisch und windig. Das RTF1-Wetter wurde Ihnen präsentiert von Möhn aus Dettingen-Erms. Möhn macht Freude!